If Roulette Gambling im Internet Casino Mit dem Roulette System Tendency Heute ist Samstag der 13. Dezember 2008 um 19.30 Uhr Das Spiel erfolgt auf den Serien und Sie können auch das System kostenlos in unserer Software im Internet beziehen und selbe spielen. Das System orientiert sich an neuronalen Netzen und der Tendenz daraus und hat bei der Auswertung von mehreren Millionen Groups eine enorme Gewinnekraft gebracht. Aber nun werden wir sehen wie sich das System live in einem Casino bewährt. Ich werde wieder alles abfilmen und auf dieses Video liegen. Ich habe mich nunmehr in das Internet Casino eingeloggt und jetzt ist es am Samstag um 19.30 Uhr. Wie Sie auf dem Live-Bild sehen ist das Casino wieder einmal leer. Es laufen etwa zwei bis drei Spiele deutscher Raum. An den Kartentisch entspielt überhaupt niemand. Eigentlich ist das unverständlich, an einem Samstagabend so wenig Betrieb. Aber leider ist das Roulette offenbar ein Auslaufmangel, denn alle Casinos klagen ja über den Besucherschwund. Aber was soll's nun werden wir Anfang machen. Ich habe bereits mehrere 4-Groups gespielt und nunmehr sagt mir die Software ich soll noch einen Krug abwarten. Der Kessel wird gedreht und wie Sie sehen es fällt die Nummer 20. diesen Nummer 20 E-Software ein. Und nun sagt mir die Software ich soll für den nächsten Krug auf die kleine Serie setzen. Die kleine Serie das sind die NRN 33 bis 27 in Kessel, die man allerdings auch in einem Park setzen kann. Ich habe nur mehr diese 12 Stücke, es sind 12 Nummern, gesetzt und der Kessel im Casino wird gedreht. Und es fällt die Nummer 24. Wunderbar ich habe gewonnen, ich bekomme für die 12 Stücke jetzt 36 Stücke. 36 Stücke. Nun sei die Software, für den nächsten Krug kein Satz. Ich warte ab und nun dreht sich die Kugel und es ist die Nummer 12. Das ist die große Serie. Nachdem ich die Nummer 12 in die Software eingegeben habe, sagte die Software jetzt für den nächsten Krug ebenfalls kein Satz. Ich warte ab und jetzt dreht sich der Kessel und es ist die Nummer 3. Das ist ebenfalls die große Serie. Jetzt gebe ich diese Zahl auch in die Software ein. Und die Software sagt mir, für den nächsten Krug soll ich auf die kleine Serie setzen. Das sind wieder 12 Stücke auf dem NRN. 33 bis 27. Jetzt dreht sich die Kugel und es ist die Nummer 13. Die Nummer 13 ist ein Gewinn. Sie ist kleine Serie und ich habe schon wieder gewonnen. Für 12 Stücke bekomme ich 36 Stücke zurück. Netto Gewinn somit wieder 24 Stücke. Für den nächsten Krug sagt mir die Software, kein Satz. Nun dreht sich die Kugel und es ist die Nummer 1. Die Nummer 1 gebe ich in die Software ein und nunmehr sagt mir die Software auch für den nächsten Satz, kein Satz. Ich warte ab und die Kugel rollt und es ist die Nummer 20. Die Nummer 20 gebe ich ebenfalls in die Software ein und nun sachlich Software wieder, wie den nächsten Krug ebenfalls kein Satz. Die Kugel dreht sich und es ist die Nummer 30. Der Nummer 30 ist wieder kleine Serie. Ich gebe das ebenfalls in die Software ein und jetzt sagt mir die Software für den nächsten Krug wieder kein Satz. Ich warte ab und nun dreht sich die Kugel und es ist die Nummer 34. Jetzt sagt mir die Software für den nächsten Satz soll ich die große Serie setzen. Die große Serie sind die NRN. 25 bis 22, also 17 Stücke. Ich setze diese 17 Stücke und nun dreht die Kugel. Es fällt die Nummer 3. Wunderbar die Nummer 3 gehört zur großen Serie und ich habe gewonnen. Nun bekomme ich für 17 Stücke einen Satz 36 Stücke zurück. Das ist ein Netto von 19 Stücken. Nun höre ich auf Komma 3 Groups Real gespielt und alle 3 Groups gewonnen. Mein Nettogewinn ist 67 Stücke. Das kann sich sehen lassen. Ein hervorragendes Ergebnis, in 10 Minuten nur 3 Groups gespielt, alle 3 Groups gewonnen und 67 Stücke Netto mit diesem System geworden. Gewinn. Das war's. Das war's. Das war's. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.